Wusstest du, dass der Dichter Johann Wolfgang von Goethe nicht nur für seine literarischen Werke bekannt ist, sondern auch eine bedeutende Rolle in der Wissenschaftsgeschichte spielt? Goethe war ein Universalgelehrter, der sich nicht nur mit Literatur, sondern auch mit Naturwissenschaften beschäftigte. Insbesondere seine Farbenlehre hatte einen großen Einfluss auf das Verständnis von Farben und Licht. In seinem Werk zur Farbenlehre erforschte er die physiologischen, psychologischen und ästhetischen Aspekte von Farben und entwickelte dabei seine Theorie des Farbenkreises. Obwohl einige seiner Ideen später von der wissenschaftlichen Gemeinschaft in Frage gestellt wurden, sind Goethes Beiträge zur Farbenlehre nach wie vor ein wichtiger Teil der Kultur- und Wissenschaftsgeschichte. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um weitere interessante Fakten zur Geschichte zu erhalten. Bleib inspiriert!